Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Wir müssen diese Decken schnell verteilen. Dann werden wir die Bettler los. Die Stadt ist ohne sie besser dran. Sind sie gut abgerieben? Ja. Nein, ja. Die Stadt ist ohne sie. Die Stadt ist ohne sie. Eine feine Auswahl frisch gesammelter Pilzen. Und ab in den Untergrund. Die Stadt ist ohne sie. 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 Und wir werden auch da sein. Die Stadt ist ohne sie. Die Stadt ist ohne sie. Hey, halt rein, Freundchen! Hey, halt rein, halt rein, halt rein, halt rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was uns da gerade getroffen hat? Keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall nicht entdeckt. Und wir entzünden das Signalfeuer. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss den Wachen ausweichen. Wo bist du, Charles? Fort. Komm schon. Du, du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und willst noch viel lernen. Gib mir Lee! Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getabelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die meinen... Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar, dass ich... Wir haben deinem Volk nichts getan. Wir uns... Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte von einem Traum beweiten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr sieben, stehen wir wieder auf. Und weißt du, warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Ja, mach die Sauerei nachher eigentlich immer weg. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Fange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ah, dennoch... Bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit. Stärke. Courage. Alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Aethem hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Dichtstück. 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 Untertitelung des ZDF, 2020